Ich spiele mit Amber und Swaggis Hunter. Swaggis Hunter. Mal gucken, wie weit wir kommen. Es wird jetzt gleich brutal. Warum macht ihr eigentlich immer noch die Flugbahn? Die werden noch mittlerweile standardmäßig immer angezeigt, oder nicht? Nein. Bleiben die nicht jetzt für immer? Nein. Ja, bleiben. Nein. Es ist manchmal ein Bug, dass sie da bleiben, aber ich nicht. Ich bin immer weg. Ja, also wenn ja nicht. Ich glaube, die haben das sogar in den Patch-Reports reingeschrieben, dass die Dinger da bleiben sollen. Dann ist es bei mir nicht drin. So, die Amber spielt eine ältere Version, da ist die Ork noch voll gut. Aber auch leider eine Crate-Waffe. Time-Travel. Oh Gott, was machen wir jetzt hier? Mervin ist voll gut, Amber ist voll gut, Swaggis Hunter ist voll gut. Swaggis, das Swaggis. Aber wie ich es richtig sage, sag mir was anders, oder? Ja, das passt. Ja, das wird schon jetzt. Und jetzt guck mal, ob die Dinges noch da ist, die Flugrude? Ja, natürlich. Wenn du ganz genau sein willst, dann musst du es A lang betonen. Ist sie da, die Flugrude bei euch? Nee. Ja, doch. Ja. Ja, natürlich. Hä? Muss man dann irgendwas einstellen? Also, ich kann, du kannst dir das Video dann nachher auch angucken, dann siehst du es. Achso, darf ich gar nicht röpsen und so? Du darfst, doch, natürlich. Du darfst alles machen. Du darfst alles machen. Nein, darfst du nicht röpsen, ist anstößig. Oh, ich darf aber eins nicht machen, und zwar bei Amber mit ins Haus rein. Sonst macht sie nur für mich. Ach, warum bist du eigentlich an... Ah, nee, das ist der da. Das bin ich nicht. Das bin ich, das ist Mervin. Das ist Mervin, hallo. Das ist nicht Mervin. Das ist ja gleich nicht so. Jetzt kommt er zu mir, toll. Komm, ich lasse das aus. Jetzt kommt er zu mir. Geh rein, ne? Jetzt lass mich. Nee, geht's noch? Opa, sorry. Ich hoffe, in deinem Haus ist kein Loop. Fick dich. Hey, hallo. Keine bösen Wörter. So. Was halt auch ultra mächtig ist, ist die JS9. Ja, ist halt eine absolute COD-Waffe. Eine absolute was? COD, eine Call-of-Duty-Waffe. Das Ding, damit kannst du wirklich auf 100-Meter-Sprays treffen. Ich hab dir einen Screenshot geschickt, ne? Seht transparent aus. Also die Flurgrote. Ja, aber bei mir, ich hab dir auch einen Screenshot geschickt. Bei mir ist nix. Hast du mir auch einen geschickt? Ja. Oh lol, jetzt zeig ich dich. Musst du mal gucken. Oder UI oder so. Settings. Ich brauch noch irgendeine Sniper, irgendwas. Willst du eine Tragung noch? Ja, Trauung noch ist top. Was hast du gemacht? Hast du eine Trauung noch gefunden? Ich hab eine bei mir. Achso, ja gut, wenn du so. Nee, 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 ich such mir schon noch was. Ich such mir schon noch was. Das ist die beste Waffe. S. 1897. Schotflinde. Ultramächtig. Aber nur im Nahkampf. Also ich spiele da ziemlich viel Arcade, weil ich es einfach lustig finde. Und da ist sie echt, damit kannst du so dominieren. Ich bin jetzt gerade, wenn ich so maler weiß. Ich kann auch mal mal. Naja, ich meine, ich hab grad geguckt, ob es ein Menü in der Klasse gibt. Was gibt's? Ob es dafür was im Menü gibt für die Flugrouten. Aber ich sehe gerade nichts. Ja, bei mir ist es die Genie. Ja, muss ja ein Fehler sein. Also wie gesagt, seit dem letzten Update oder am vorletzten? Ich weiß es nicht mehr. Gibt's so. Ich glaub seit dem Runde draußen ist. Ja, genau. Ich hab mich einfach vergessen. Was ist los? Weiß ich nicht. Also wenn jemand eine JS9 findet, dann sagt Bescheid. Ich würd die spielen. Ich bin, ich bin der Call of Duty Spammer hier. Keine Sorge, du kriegst dann hier auch ein Sniper. Ich hab ne, ich hab ein Dings, ein Crossbow. Ja. Ja, das Bessere habe ich jetzt nicht. Any Sniper. Any. Es waren nicht viele hier rumgelegen. Das muss ich auch sagen. Also ich hab auch jetzt ne Dragunov noch gefunden. Bin heilfroh drüber, aber ich sonst... Keine Sniper, Mann. Ne, ne Balty meinst du? Ja, ne Sniper. Ich will doch keine D mehr. Das ist für mich keine Sniper. Soll ich ihn mit dem Scheiß treffen? Ne, ne Balty hab ich noch gar keine gesehen. Ich ja auch nicht. Frag mal, frag mal, frag mal Mervin. Heißt das? Mervin interessiert sich nicht für mich. Mervin hat keinen. Hat auch nix. Thanks, Mervin. Nee. Äh, doch. Hat er... Hat Mervin das jetzt gehört, was ich dir gesagt habe? Äh, natürlich. Das hat er im... Im... Im-Game-Chat? Ja, natürlich. Ja, ist dein Chat aus. Ja, ich hab den aus, ja. Oh, da ist noch eine SKS, ja. Ich hab mich grad getroffen. Den scheiß will ich noch. Kommst du, Dennis? Ja. Smooth operator. Jetzt warten, bis die Zone weg ist. Nee, mhh. Nen, nen, nen. Ja, es bringt nichts zu hupen. Davon geht die Zune auch nicht weg. Wie ist das Heiligam? Ich fahre bei Merwin mit. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Man soll nicht bei Fremden ins Auto steigen. Wie spürst du? Also, ich habe immer noch meine JS9 nicht gefunden und bin ein bisschen traurig. Ja, funktioniert die Hupe. Hast du mal einen Jinglebacks? Hm? Was sagst du? Jinglebacks. Ja, fast. Ich habe gehört, wie ein Trauer schwebt. Ja, es ist wunderschön. Okay. Es ist wunderschön. Du auch. Ja. Ich kann nicht hupen. Merwin fährt. Ich kann höchstens ein bisschen mit der Ork aus dem Fenster schießen. Aber das könnte ich ja auch machen. Ork! 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 Smoove Operator! Was macht ihr? Hör auf! Smoove Operator. Du hast aber auch nichts gesagt. Dafür vermisse ich echt die Sina. Ich habe die verbraucht. Ich war nicht mehr. Vor allem sage ich. Ja, aber gut, wenn mir auch passiert, dann sieht man das kaum in der Blue Zone. wo seid ihr? Wo seid ihr? Was macht ihr? Wir machen Smoove Operator. Wir machen das, was Smoove Operators tun. Smoove Operator. Was habt ihr? Smoove Operator. Was habt ihr? Okay, okay, alles klar. Und dann kommt das, was macht man weg? Oh nein. Warum hat die LK1-Duschuss drin? Ich glaube, Mervin ist auch eher so ein stiller Typ, aber sehr effektiv. Ich mag das, was der macht. Scheiße, unser Auto fällt weg. Vor allem denke ich mir so, da wird jemand mit dem Heli abgeholt. Aber ich habe gar nicht gesehen, dass sie hier waren. Was macht ihr? Oh Gott. Dieses Auto steige ich nicht noch mal ein. Ey, was für ein scheiß Auto. Ihr seid immer noch an derselben Ecke, wofür ich vor... Es ist viel passiert, okay? Bleib entspannt. Ich muss mir das Replay angucken. Kann man das Replay auch von Teammates anschauen? Ja, oder? Ja, klar. Das ist gut, das schaue ich mir dann mal an. Das möchte ich mir alles mal angucken, ob ihr das so macht. Ich wurde vom Auto überfahren. Ja. Ey, Müller-Milch ist echt Kindheit, ne? Das ist eins. Schoko? Das ist leer. Ich hatte Schoko. Pistazie? Hä? Pistazie? Nein, ist eklisch. Das Beste gab es nur... Pistazie Milch oder was? Pistazie Müller-Milch. Pistazie Müller-Milch. Ich... Okay, das wusste auch nicht, dass das geht. Pistazie Müller-Milch. Pistazie... Pistazie, was machst du hier? Pistazie, was machst du hier? Pistazie Müller-Milch. 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 Was ich auch immer gemacht habe. In-Game-Challenge. Joint. Two wins. Kevin. Mervin. Challenge complete. Mervin scherzt sich auch nicht so wirklich um sein Team. Er macht einfach alles gut. Er ist einfach ein Macher. Es ist gut. Ich finde es super. Da vorne kommt ein Fallschirm runter. Das wird euch aber, glaube ich, nicht groß... Sollt ihr euch nur peripher tangieren. Ich habe auch gar nichts zum Healen. Fällt mir nachher auch. Du hast nichts zum Healen. Also ich habe keine Booster mehr. I have 18 Bandage. Ich habe noch 5 Bandagen jetzt. Und noch 4 First Egg. Also davon kannst du die Hälfte droppen. Wow. Dankeschön. Achso, war das jetzt ein... Ja, klar. Naja, das war ein Dankeschön. Mervin wird langsam sehr vorsichtig. Ich habe ein bisschen Angst. Was machen wir hier? Was ist denn die Zone? Ich glaube, der hat den... Shit. Sagt bitte mal, Mervin, dass auf unserem... Auf unserem Feld... Auf unserem Berg ist einer gecrashlandet mit dem Glider und Mervin weiß es nicht. Hier oben drüber, was? Ja. Und ich glaube, der wird uns jetzt gleich in den Rücken schießen. Es ist eigentlich jemand auf dem Feld. Eigentlich, aber... Das war das Wort für die Zeit. Probably. Probably. Eventually. Kein Wunder, dass Mervin von mir wegläuft und denkt, oh Gott, da spiele ich lieber allein. Schmuss-Appe-Räder. Er guckt hoch. Ich glaube, dass da jemand ist. Nee, 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 der kann auch sein, dass das... Ich muss mal... Dass du dir schon vier Kilometer verguckt hast. Ich muss mal einen In-Game-Chat anmachen, damit Mervin weiß, dass ich kein NPC bin hier. Da kommen sie! Das ist ja ganz praktisch. Wir haben keinen Klaren Tag. Da kommen sie, es ist soweit. Hättest du keinen Clan-Deck, könnte man das enthalten. Was, was meinst du? Böse. Ich will noch filmen. Ich werde von zwei Seiten beschützen. Ich lauf gerade einfach mitten durch. Auch ein bisschen dumm. Steinen sein. Jop, jop, jop. Oh, wow. Schon tot. Boah! Wir müssen Mervin mitnehmen. Junge! Die treffen meine Pfanne die ganze Zeit. Auf jeden Fall einen Verlust. Boah, da kommt ein ganzes Team mit Fallschirm runter. Nice, jetzt wird es eng. Neben uns, oder was? Da oben. 480 Meter links von uns. Ich crash einfach ins Wasser, ne? Genau. Da oben sind Leute. Auf meinem Marker sind Leute, okay? Ja. Einer spielt halt echt eine Schrotflinde. Da sind es zwei oder drei? Oder vier. Auto kommt über die Brücke. Der macht es nicht so wie wir. Dann soll der mal. Ich wollte nicht so viel auf seiner reden. Noch mal ein Fahrzeug. Hubschrauber, oh Gott, jetzt landet er noch hinter uns ein Team. Ich habe keine Ahnung, wo die Leute sind. Müssen safe gehen. Oh, hinter uns schießt. Unter der Brücke sind sie, genau unter der Brücke. Ich habe leider immer noch keine Booster. Ich werde es nicht überleben. Ich kann ja mal einen letzten anderen Menschen trocken. Oh, die haben mich genockt. Alter, Schalter, okay. Jetzt gucke ich euch mal zu. Die chillen immer noch da unter der Brücke. Jetzt kann ich endlich mal... Hast du einen Blotschip-Brandsmitter? Hast du? Ne, hat es einer. Don't... Keine Sorge, keine Sorge. Kümmer... Lasst mich zurück. Das ist okay. Ja, das ist okay. Ich schaue auch lieber... Also wie gesagt, auf dem Level schaue ich lieber zu, als selbst zu spielen. Rechts ist ein Auto? Ja, blablab. So gut sind wir jetzt auch nicht. Außerdem bin ich ein paar tausend Stunden mehr zusammen als da. Das ist in Ordnung, don't worry, really. Ich nehme das nicht persönlich. Bin da nicht so. Na, ich meine, mach dir nicht so einen Kopf, meine ich. Ach so, das ist auch... das auch nicht. Weil ich gesagt habe, wir haben schon ein paar tausend Stunden mehr zusammen, also... machen wir da nicht so einen Kopf, das Legion. Hinter... hinter dem Hügel sind die vier Dudes, die vorhin mit dem Fallschirm runter sind. Wo sind die Richtung? Irgendwann nicht da, wo ich mal kehrte. Vielleicht in der Shack vorne. In der Shack? Mhm. Er spielt J-S9. Da war er mal. Wurde gesehen. Vor dem Fenster. Guck mal, was die da hinter uns machen. Die ballern immer noch in eure Richtung, einfach so. Der auf der Brücke... Ja. Ich glaube, das war dasselbe Typ, der mich aber irgendwie schaut. Hab ich gut. Den leber in Deck und ich weiß nicht, ich will die Dinger aufbauen. Und ich will die Dinger aufbauen. Ich muss mich nicht mehr und das bin ich nicht mehr jeżeli. Ich schieb dich immerhin auf. ja die sind überall verteilt, der eine war in der Garage, der eine war rechts Rufen er die die eigentlich oder? Rufen er die oder rufen die die? Die, die, die? Am grünen Marker ist er Da ist noch ein Team drin Zwei Vor uns Wie weit vor uns? Hier irgendwo so los Oh, da links von uns auch Warte, haben sich viele Deppungszeige gedrückt Oh, jetzt redet der Mama Was kommen die Hände? Hat er das gesagt? Oh, shit hat er gesagt Oh, shit hat er gesagt Ich glaub, es war gar nicht Okay Das ist der Grund Wieso ich Mit höchstem Respekt Mit Swaggys Hunter und Ander Spiel, weil die einfach ultra gut sind Das war instant, aber da sind glaub ich noch andere So Da oben Da oben Da oben Da oben Da oben drin Ja Da oben drin Da noch Nice Ok Ok Ich hab oben noch ne Granate ran Ja Er zieht die Waffe hoch, er ist rechts oben Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, ich krieg Herzinfarkt beim Zugucken Bitte was? Wie fällt denn der nicht um? Hamas? Bitte waaat? Schade Danke fürs Zuschauen Ich geh es, okay Ich geh es, okay Ich geh es, okay Ich geh es, okay Und bis zum nächsten Mal Das war krass Ich versuche jetzt nicht auszuhören